Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play! Warte, wer ist das? Und wir sind bei Dr. Crygon, jetzt haben wir Ashley geschafft. Endlich! Jetzt sind wir verkackt. Und den werde ich auch ziemlich verkackt. Sehr perfekt. Lift off! Sehr schön. Ja genau, wir müssen an diesem Bereich bleiben, die Wasser. Okay! Wunderbar, oder? Oh, was ist ihr heute zu Abend? Ich esse eine Pizza-Speziale! Was ihr zu Abend wirst, schreibt es mir... ...unter dieses Video. Sehr schön. So. Was denn? Übrigens, könnte ich jetzt eine... Oh, ich spoilere mal kurz. Es gibt... Ähm... In Verbald Assassin, was ich hier noch jetzt playen werde... ...gibt es, ähm... ...einige Leute, die sich unterhalten. Da kommen interessante Gespräche raus. Über bestimmte Hintergründe oder so'n Scheiß. Und darüber Meinungen. Ziem' interessant. Und hier... Und auf jeden Fall... Einer... ...will seinen... ...Rumpel... ...verklagen... ...als ich vor das Kriegsgericht. James began im Zweiter Weltkrieg. Weil er von seine Strukturale geklaut hat. Und hier... ...dass... ...dass... ...da frage ich mich... ...Strange? Genau. Abholen. Das ist cool. Verpiss! Da gab's aber noch... ...Mostage! Double Bathe! Oh mein Gott! Ich kann das Cave! Von diesem... Ding! ...zuremhaben! Überdrehen! 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 Oh mein Gott! Danke, Wäte! Lass mal auf. Wo, 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 oooo, Imba, Imba, Fail. Level A. Und jetzt geht er nicht so viel Spaß. Ich hab den Fisch nicht fast verweißen lassen. Entschuldigung, oft nehme ich daran, dass meiner privaten Armee aus Tierland weit weg muss. Mhahaha! Nichts! Aber egal... Halt! Ah! Du bist vielleicht jetzt... Also, gestern... Ne, vorgestern... ... haben wir ein Anime durchgesuchtet. Und das war der wunderbare Anime... Also, mittelmäßige Anime Angel Beat. Und, glaub ich, noch eine zweite Staffel. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht warum, weil es mit JET und das ist, aber... Scheiß drauf! Ist zwar ein mittelmäßiger Anime... ... mit... ähm... ... also wie die einen... ... mit einer schon... ... recht... Also, Andrew umschiebes mit den Worten... Wof, für krasse Bindung, Alter! Kann man sich davon lesen. Also, wir müssen das Video stoppen, aber... Ich muss sagen, es war eigentlich ziemlich vorherzusehen, dass sowas passiert. Aber es war wirklich krass. Ich muss sagen. Egal, wir sind hier wohl gefahren. Wir haben gleich innerhalb von ein paar Minuten... ... Freigau gespielt. Einen Hummer. Fuck! Wir haben es weggenommen. Was? Nein! Ich will es nicht verscheißen. Nein! Nein! Ich will es nicht! Nein! Nein! Was ist das? Ich will und ich noch nicht zum Glück! Das wäre ein sehr viel Vorteil. Das wird doch schon ein bisschen härter. Da brauchen wir schnelle Manöver. Aber auf diese ganzen Minispiechen muss man erstmal kommen. In Bordtechnik extrem. Nein, ich bin nicht so schlau. Hohohoho! Das ist richtig, Doktor. Tschüss! Es ist geschafft! Ich bin nicht so schlau. Oh, nochmal. Ich bin nicht so schlau. 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 Nom nom nom! Sehr schön. Gerad noch. Postage. Die Idee wird exactly gut. Gott wenden! Oh Gott, das Baby kommt! Oh, scheiße. Batsch. An Experienz auf Freakless Success. Kleine Flasche. Ich möchte gleich mal passieren, ne? Abdo. Abdo. Hey. Ähm. Quit. So. Very nice. Ah, ich mach auch keinen Rückschnitt. Scheiß drauf. Mach nicht weiter. Mach ich die Folge voll. Und dann umgegen. Ich wollte doch playen. Dumm. Ja, du. Schlange. Wow. Ist noch was anderes? Hallo? 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 Oh, dumm. Stinkt. Jetzt kommt's. James. Bei dem ich auch wieder mehrere Anläufe brauchen werde, wie ich mich kenne. Oh, super. Mich gerade meine Headset aufregt. Unglaublich. Das kann ich mir sagen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Todestag. Ah, 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 ah. Mann. Circulents. Oh, mein Gott, war das hart. Oh, mein Gott. Das war das hart. Ich glaub, wir werden erster. Cap Nobis. Genau. Oh. Das ist ein Kunstgeräusch. Ah, stimmt. Ich glaub, der erste Boss ist von Helen Anna. Ah, genau. Auch Helen Anna. Leave him home. Rup. Ich kann ihn auch noch für den Kreis laufen lassen. Das ist echt gut. Aber egal. Heyya! 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 Ein Winn! Warum hat man es nur gelongst? Da müssen die richtig harte Spiele reinkommen. Echt krass. Ich nehme erst mal ein recht hartes Spiel als es normal war. Und das nächste ist die Explosion! Das ist falsch! Natürlich! Oh, knapp! Win! Und er ist erneut auf dem Mond! Oh Gott! Oh Gott! Unglaublich! Erneut ist gekommen! Oh Gott! Oh! Oh! Acht! Oh! Sorry! Wow, super, okay Okay, Leute Nein Ich hätte es doch geschafft eigentlich Scheren Die trennen sie Oh, lustig Nichts Kommt mal her Ich war Atmosu, muss ich sagen Also, das war schon krass Eigentlich wäre er angeschlagen Was war er doch Was war er Oh, knapp Oh, knapp Ich weiß nicht, wir müssen weg aufhören Oh, ja Oh, ja James schaffen wir noch Jetzt bekam wir das Nichts Schlimmes kommt Oh, ja Okay Fail Fail Did we Du mit was einfaches Witz Wir haben was einfaches Kein Speeder Wir haben was einfaches, weißt Du gar nicht, ein Spast Seid ihr noch? Ja! Perfekt! Oh, leider hab ich verloren. Ja, trotzdem gewonnen. Gut, wir können uns das neue Spiel noch anschauen. Es ist ein bestimmtes Spiel, was ich jetzt noch nicht spielen möchte. Nicht nur diese Folge, aber... Es ist das, was ich gerade nicht gesehen habe. Nee. Nee. Cool, ein Glockenspiel habe ich auch schon. Ich meine, vor dem Fen-